hey leute und herzlich willkommen auf cloud is red heute geht es zum grillen genau jetzt gehe ich erstmal frühstücken und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch so leute ich bin fertig mit dem frühstücken rasiert habe ich mich auch genau jetzt räume ich mal kurz mein zimmer auf und dann um drei gehen wir dann los zum grillen genau wenn was spannendes passiert melde ich mich natürlich und dann möchte ich gleich nochmal bei euch so leute der zimmer ist auch geräumt genau jetzt chill ich noch ein bisschen bevor wir losgehen und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch hey leute back in black genau jetzt gehen wir los zum grillen genau und damit ich bin gleich nochmal bei euch so leute am bus stehe ich jetzt schon mal und genau da melde ich mich noch mal wenn wir wenn ich im bus sitze entweder wenn ich im bus sitze was ich glaube oder wenn wir angekommen sind genau so leute wir sind am grillplatz angekommen jedenfalls an den ort zum grillplatz laufen jetzt noch genau daher melde ich mich gleich nochmal bei euch so leute wir sind jetzt einfach auf eine andere gruppe das hat doch noch funktioniert genau und das muss man jetzt drin essen das nervt ein bisschen aber sonst ist alles cool genau gegrittet heute trotzdem das hätte ich ihm sonst übel genommen genau einfach schlecht organisiert und dann werde ich mich gleich noch bei euch so teller nummer so leute teller nummer eins ich hatte euch natürlich fest so leute er hat sogar noch ein bisschen mehr tomaten mozzarella genommen aber es war das letzte und hier kommen wir zum nachtisch für jeden der es nicht erkennt dass wir es so leute wir sind wieder zu hause vom grillen genau wir haben 19 uhr gerade nach hause gekommen das was hört auf claudius wet bis zum nächsten mal bis dahin ciao